Es ist eine Région absolut merveilleuse und wir haben auch die Möglichkeit, ein Panorama zu haben. Es wird eine super Journée. Es ist meine erste Trail Race heute, also ich bin natürlich mehr nervös, glaube ich. Es wird sehr spannend sein, ja. Ich habe sehr gerne zu fahren und wir sehen, wie es hier oben ist. Ich freue mich auf den Lauf. Mal schauen, wie es wird. Eine schöne Strecke mit guter Aussicht und Bergen pur. Cool und lässig an diesen drei Tagen. Go for it! Jesus, als er das tut, kann ichosi an. Genau mich! casesestes ai-도! Musik Die Musik Superfinished! Feierabend! Musik Schon beim Start hat es geheißen, nur ein Strauenschatten und in der Höhe wird es ein wenig kühler und dann bin ich ab dem ersten Kilometer schon voraus gewesen, also kann man durchziehen bis zum Ziel. Es hat gestern geregnet Es ist eine Rutschung, man muss ein wenig schauen aber es ist ein sehr schönes Rennen Es ist ein sehr schönes Rennen Es ist ein sehr schönes Rennen Ich hatte zu Beginn, aber Downhill war sehr schön und cool Es war sicher ein cooles Gefühl mit dem schönen Wetter und dem schönen Geleck mit der ganzen Stimmung, das war ganz gut Ich habe es wirklich gefühlt und die Szenierung ist einfach schön Ich bin Amerikaner, ich komme aus Iowa, im Nordwest, es ist sehr flatt Es wird nicht viel besser als die Mauten und die hohen Unterschiede Es ist großartig hier Es ist ein Landscape, wo wir uns Ich glaube, dass auch die letzten Zeit erreichen, für unser Ziel zu kommen Dass wir alle sicher ins Ziel bringen im heutigen Tag ist eigentlich meine Aufgabe an der Swiss Trail Ich bin 39 Kilometer über Grieden Es war wirklich perfekt Die Organisation war gut Am Morgen noch ein wenig Nebel, wo wir gestartet sind und dann sind wir über die Höger eingelaufen Perfekt, wirklich! Es hat heute nochmal zweimal geregnet und wenn es nicht geregnet hat, dann hat es geschneit Oben hatten wir Schnee Und die ganze Strecke war eigentlich mehr oder weniger einfach Es hat Spass gemacht Atemperaugen, sehr sehr schön Perfektes Wetter Super geil, das haben sie uns gewählt Perfekt organisiert